Und weiter geht's mit dem Tutorial hier in Russian Fishing 4. Ich habe lang überlegt, wie gestalte ich im Jahr 2022 das Tutorial und ich habe mir gedacht, komm allen, mach es kompakter. Einfach nur auf die Basics, was sind die wichtigsten Punkte und die wichtigsten Punkte zeige ich dir jetzt in der Tutorial-Serie. Wenn dich ein Tutorial interessiert, was deutlich ausführlicher ist und länger ist, dann schau dir doch das Tutorial von 2021 an. Hier in dem Tutorial gehe ich auf die Basics ein. Wir schauen uns an, wie wir am schnellsten vorwärts kommen und natürlich auch, wie wir und an welchen Stellen wir mit welchen Ködern die Fische fangen, ab geht es. Ja, und womit startet man natürlich? Man startet nach dem Tutorial, wenn man das durchgezockt hat, erstmal vielleicht mit den Basics. Gucken wir uns mal das hier an. Denn, wie wir hier sehen, ich habe mächtig Knast. Ich könnte schon wieder richtig was snacken und das machen wir auch als erstes. Wir rennen da oben zur Gulaschkanone und gönnen uns erstmal richtig was. Hier ist die Feldküche. Wir snacken. Die Feldküche können wir einmal am Tag nutzen, beziehungsweise alle 24 Stunden In-Game-Zeit. Und ihr seht hier unten, der Balken ballert ordentlich rauf. So soll das sein. Gucken wir uns die Balken mal ein bisschen im Detail an. Wir haben oben einen Energiebalken mit diesem Blitz. Der Energiebalken nimmt mit der Zeit ab, wenn wir zum Beispiel die ganze Zeit Spinning machen. Wenn wir in einem fetten Drill sind mit einem sehr dicken Fisch und es ist sehr energiezehrend, dann geht dieser Energiebalken runter und wir haben weniger Power, spürbar weniger Power, so einen Fisch ranzuziehen. Darunter ist der Hungerbalken sozusagen. Wie viel Nahrung haben wir zugenommen? Jetzt gerade hier durch die Gulaschkanone fast voll, noch nicht mal ganz voll. Und es lädt sich dann der Energiebalken dementsprechend dann wieder weiter auf, wenn er schön gefüllt ist, hier der Magen. Wenn er nicht gefüllt ist, lädt er sich deutlich langsamer auf. Aber auch da lädt sich der Energiebalken Stück für Stück wieder auf. Das heißt, das hier unten ist, also das Essen ist zwar ganz nett, aber deutlich wichtiger erst im späteren Game. Das heißt, ihr könnt es anfangs komplett vernachlässigen. Ab Level 12 ungefähr würde ich da mal so ein bisschen drauf achten. Dann habt ihr allerdings im Idealfall auch schon ein deutlich besseres Set. Dazu bringe ich euch auf jeden Fall, dass ihr ein besseres Set euch zusammensparen könnt. Und dann kann man sich auch ein bisschen was zu essen, was zu trinken leisten. Vorher in jedem Fall sparen, nichts ausgeben, nichts in der Art kaufen. Darunter ist die Lebensanzeige. Die Lebensanzeige ist in Kombination quasi mit der Energie. Das bedeutet, man kann sich die Energie schön hochpushen. Man kann auch zum Beispiel Alkohol trinken in Russian Fishing 4. Kannst ja auch schön einen reinballern. Allerdings geht das immer aufs Herz sozusagen. Und das wollen wir eigentlich nicht. Der Vorteil ist, man kriegt mehr XP. XP sind aber anfangs überhaupt nicht wichtig. Das Wichtige ist das Silber. Das ist das A und O. Das bedeutet, anfangs überhaupt keinen Alkohol trinken, denn das muss man wieder kaufen. Und das wollen wir ja nicht. Und wir sparen uns da natürlich dann auch unsere Lebensenergie sozusagen, die wir dann auch wieder teuer regenerieren müssten. Kostet also wieder Silber. Lassen wir also. Sollte die Energie irgendwann später im Game mal deutlich runter sein, müsst ihr einfach im Hinterkopf behalten. Die Energie oben sozusagen regeneriert sich nur so weit, wie sich die Lebensbalken quasi so weit wieder aufgefüllt ist. Wenn ihr halt 50% Leben weg habt, ist eure Energie maximal eben auf 50%. Da drunter haben wir dann die Sonne. Die Sonne ist die gute Laune und auch die steht in Kombination mit der Energie oben. Das heißt, wenn man tatsächlich hier im Sonnenschein angelt, bei schönem Wetter, regeneriert sich die gute Laune unten deutlich einfacher. Aber auch durch den Alkohol geht die gute Laune natürlich nach oben und dadurch regeneriert sich dann die Energie wieder schneller. Wenn man mal irgendwo in einem Sumpfgebiet steht oder man ist irgendwie halt die ganze Zeit bei Dauerregen unterwegs, dann ist das tatsächlich so, dass die Laune ein bisschen runter geht. Aber auch das ist nicht so ganz dramatisch. Neben diesen vier Anzeigen haben wir natürlich auch noch in der Ecke unser Level. Und direkt da drunter stehend die XP sozusagen oder wie viel XP wir noch benötigen. 7500 XP steht hier und ich habe insgesamt 2890 XP. Und ja, das wird natürlich von Mal zu Mal, von Level zu Level höher. Und ihr seht, der Fortschritt hier, wir haben jetzt gut ein Drittel von dem Balken, voll von dem XP-Balken. Und das steigt natürlich mit jedem gefangenen Fisch, der XP bringt. So, dann kommen wir... Soll ich da rüber gehen? Ich gehe da mal rüber. Also, dann kommen wir jetzt zum Kompass. Der Kompass zeigt natürlich, wie es ein Kompass zeigen soll, die Himmelsrichtung an. Und in der Mitte sehen wir dann hier auch noch die Koordinaten. Das heißt, wir befinden uns jetzt hier gerade auf 79,86 und gehen dann weiter hier mal zum Beispiel an diese Stelle. Und wenn man dann in einem Discord zum Beispiel ist, übrigens Link zum Feierabend-Discord unterm Video, dann kann man zum Beispiel sagen, Alden, ich stehe hier gerade auf 73,88 und ich ziehe hier übelst die fetten Döbel raus. Geiler Spot, musste mal testen. So, ungefähr. Also, das gilt einfach nur, das ist einfach für die Kommunikation wichtig, das A und O. Also, da haben wir unten rechts in der Ecke, neben Nord, kann ich das irgendwie zeigen? Ja, hier haben wir so ein kleines Pünktchen. Und zwar zeige ich dieses Pünktchen an, aus welcher Himmelsrichtung der Wind kommt. Heißt also, ich gehe mal nach oben. Wir haben hier oben Wind, Uhrzeit, Temperatur und Wetter. Auch wichtig. Fische beißen oder haben Vorlieben. Beißen mal eher bei Sonne, beißen vielleicht mal eher bei Regen und so weiter. Beißen bei kühlen Temperaturen oder bei heißen Temperaturen. Das ist halt unterschiedlich und abhängig vom Fisch. Und, sie haben gewisse Uhrzeiten. Manche Fische beißen dann eher in den Abendstunden. Manche beißen dann vielleicht eher mitten am Tag. Und andere vielleicht eher Morgenstunden und Abendstunden. Das variiert auch da wiederum vom Fisch zu Fisch. Ja, eins sollten wir natürlich nicht vergessen. Und zwar, wenn wir hier C drücken. Wir sehen es jetzt auch schon. Ich hüpfe nochmal eben rüber. Und zwar hier den Kescher. Der Kescher, unten eben angezeigt hier. Das ist der Inhalt des Keschers. Wir haben 32 Fische jetzt hier gerade im Kescher von 100 möglichen. Wenn man sich später irgendwann mal Premium gönnt, dann kann man 150 Fische im Kescher aufheben. Aber mit 100 Fischen im Kescher ist das schon wirklich ganz gut, wenn man so viele zusammengeangelt hat. Dann haben wir oben in der Ecke noch das Hilfe-Fensterchen mit F1. Und da stehen dann natürlich nochmal die Basics drin. Die gehen wir nochmal eben schnell durch. Linke Maustaste Auswurf ist soweit, glaube ich, klar. Verstärkter Auswurf, auch das haben wir im Tutorial gelernt. Eben mit Shift. Steuerung plus rechte Maustaste. Das haben wir noch nicht gelernt. Und das machen wir nochmal eben. Ich hoffe, ich fange mal eben schnell in den Barsch. Direkt mal auswerfen hier. Mit Steuerung und Shift. Steuerung und Shift, beziehungsweise das dann halt mit dem... Zack, da ist einer dran. Also, Steuerung und rechte Maustaste ist quasi diese Funktion. Anschlagen. Ganz wichtig, speziell für den Anfang, wenn ihr noch schlechte Köder verwendet mit schlechten Haken. Damit die Fische nicht so schnell abhauen können, ruhig das immer wieder verwenden. Zack, dieses Anschlagen. Steuerung, rechte Maustaste. Also, gehen wir wieder rein. Da haben wir das mit dem Anhieb. Pose rauf und runter. Auch das kennen wir aus dem Tutorial. Schnur straffen. Schnur straffen oder einholen. Das sind jetzt hier so Optionen, die wir natürlich auch machen können, wenn wir eine Route abgestellt haben. Da kommen wir allerdings nochmal im Detail zu, wenn es ums Grundangeln geht. So, dann haben wir hier das schnelle Einholen. Linke Maustaste plus Shift wieder. Die Bügel, den Bügel öffnen. Ja, das ist, glaube ich, alles hier selbst erklärend. Das Mausrad steuert die Bremse. Dann haben wir noch eine Sache, die noch vielleicht ganz interessant ist. Auch da später natürlich fürs Grundangeln deutlich wichtiger, weil man da mit Futtermischer hantiert. Schnurclip setzen. Das heißt, wenn wir Steuerung und dann, na, hier geblieben, wenn wir Steuerung plus minus drücken, können wir in den Clip setzen und wir werfen dann zum Beispiel jetzt nur 10 Meter weit aus. Zack. Und weiter auch nicht. Das ist, wie gesagt, auch da wiederum wichtig, eher fürs Grundangeln, weil wir da natürlich dann vielleicht auf 10 Meter weit eine Futtermische ins Wasser werfen und dann wollen wir natürlich auch, dass sämtliche Köder dort landen. Auch zu dem Hänger lösen werde ich ein Tutorial extra machen, weil das nicht so einfach ist. Gerade am Anfang, wenn dein Set nicht ideal vielleicht zusammengebaut ist, nutze einfach die Option Escape mit Shift. Hier steht es auch mit der Umschalttaste. Das Game verlassen. Einfach re-loggen und dann lockst du dich quasi wieder ein. Du hast alles frei. Du musst nichts kaputt schneiden. Du musst auch nicht irgendwie was kaputt reißen. Du bringst nicht deine Rute und so weiter. Also lieber einmal re-loggen, wenn du gerade mit der Stippe irgendwo verhakt bist, als die Schnur durchzuschneiden. Habe ich im ganzen Game in all den Jahren noch nicht einmal verwendet. Was natürlich auch wichtig ist, dass man die Routen einfach auf Tasten, also auf die Zahlen, Tasten, auf dem Keyboard, auf der Tastatur legt. Hier jetzt gerade schon gemacht mit der Stippe. Und hier haben wir eine Auswahl aus unserem Inventar. Da ziehen wir jetzt noch die Bambusroute rüber und die Spinningroute. Und jetzt können wir hier wechseln von der Stippe auf die zweite Stippe oder dann auch einfach mit der Taste 3 auf die dritte Route. Drei Routen kann man gleichzeitig verwenden. Abstellen kann man das mit der Taste 0. Ich habe mir das umgelegt auf die Daumentaste an der Maus. Ist einfach ein bisschen schneller. Und zack, zack, zack. Und damit kann man dann einfach die drei Routen zum Beispiel hier einfach abstellen. Ja, was natürlich auch wichtig ist, das Aufheben und wieder Einstecken. Das macht man dann mit Backspace. Auch das ist soweit unter F1 schon beschrieben. Die wichtigsten Tasten im täglichen Geschäft sozusagen sind natürlich einmal I fürs Inventar, dass man hier einfach schaut, was hat man gerade. Hier kann man natürlich auch einfach die Suchfunktion verwenden. Wenn man jetzt einen speziellen Spinner zum Beispiel sucht, Dragon, dann werden hier die beiden Dragonfly Streamer oder die Dragon Long, die werden halt angezeigt. Oder man sucht vielleicht einen speziellen Haken. Dann kann man auch vielleicht nur die Zahl eintippen. 14er Haken. Oder haben wir noch ein paar Maden? Haben wir noch. Auch Kürzel funktionieren dann natürlich ganz gut. Also man muss das Wort auch nicht komplett ausschreiben. Die nächste wichtige Taste ist dann auch die Taste V. Damit kommen wir dann in eine Route zum Beispiel rein. Das heißt, wir haben hiermit jetzt die Übersicht zu dieser Route, die wir jetzt gerade verwenden. Ganz wichtig hier auch nochmal das I und Informationsfältchen zu exakt der Route, die wir jetzt gerade verwenden. Diese Starterroute ist top. Täusch dich nicht. Denk nicht. Alter, Tragfähigkeit 2,5 Kilo. Miss Ding. Das Ding ist wirklich gut. Und gerade auch mit dem Wurfgewicht von 2 bis 10 Gramm können wir da ganz hervorragend bis Level 12, 13, 14 vielleicht noch angeln. Ab da solltest du genug Kohle haben, wenn du Bock hast auf Spinning, um dir dann ein weiteres hervorragendes Set zu leisten. Auch dazu bestehen auf dem Kanal schon weitere Tutorials. Nähere Informationen zum richtigen Zusammenbau von diesen Routen. Auch die gibt es schon auf dem Kanal, wie das Ganze gemacht wird. Und wie wir diese Route anfangs pimpen, auch dazu werde ich nochmal ein extra Video machen. Ja, gerade schon gezeigt ist natürlich dann auch neben der Taste V die Taste C mit der Auswahl sozusagen der Fische, die wir jetzt also im Kescher schon haben. C für den Kescher. Wir können die sortieren nach Gewicht, nach Fangzeit. Wir können die natürlich nach Fischarten sortieren. Und wir können auch verschiedene Fische auswählen. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel ein paar Fische drin haben, die wir nicht drin haben wollen, was anfangs nicht zu empfehlen ist, können wir die eben auch hier über dieses Auswahlmenü einzeln mit Steuerung markieren und die dann gegebenenfalls entsorgen. Wie gesagt, wollen wir anfangs nicht, denn jeder Fisch bringt am Anfang gut Silber, was wir alles gebrauchen können. Wenn wir eine Route in der Hand halten, können wir auch zum Beispiel B gedrückt halten und dann hier ganz schnell die Spinner eben tauschen. Anfangs noch ganz gut möglich. Irgendwann hat man 200 Spinner und Köder und weiß der Geier was. Dann scrollt man da durch Seiten von Ködern. Da ist dann doch die Auswahl oder der Umweg über V und dann die Suche ist dann doch vielleicht deutlich angenehmer als die Taste B. Wenn wir jetzt nochmal Escape drücken, sehen wir hier die letzten Informationen, die eben noch wichtig sind. Hier, wie gesagt, kommen wir nochmal zu den Nachrichten beziehungsweise in den Chatbereich. Hier zum Inventar, Setzcacher, Fähigkeiten ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Darüber verteilen wir quasi die Skill-Punkte. Mittlerweile habe ich hier acht Skill-Punkte zusammengespart. Ich habe noch nicht einen Skill-Punkt verteilt. Das machen wir natürlich auch in einem Extra-Tutorial. Wo ich genau zeige, welche sind die wichtigen Skill-Punkte für welche Angelart oder für die Art, die du halt gerade Lust hast zu spielen. Bist du eher auf Allround-Angler unterwegs, willst du schwerpunktmäßig Spinning machen, schwerpunktmäßig Grundangeln. Dazu gibt es dann ein Extra-Tutorial. Zusätzlich gibt es natürlich dann hier auch noch diese Berufe beziehungsweise die Fähigkeiten, die man zum Angeln benötigt, wie zum Beispiel die Köderbeschaffung, dass man da dann irgendwann auch weiter Punkte investiert. Da kommen wir natürlich dann auch noch zu. Angelfutterzubereitung ist auch immer noch wichtig beziehungsweise, dass man immer schöner zu snacken hat. Dafür gibt es dann auch die Kochkunst, wenn man will. Und Kunstköderherstellung, das kommt dann ganz, ganz zum Schluss. Aber auch das ist natürlich noch mal interessant. Ja, und neben der Taste O gibt es dann noch die Taste N, wie Nordpol. Und da kommen wir dann in die Berufe beziehungsweise in die Herstellungsoptionen. Herstellung von zum Beispiel Brotködern, wie aus dem Tutorial. Das heißt, anfangs vernünftig Brot einkaufen, Kartoffeln kaufen und so weiter. Man kauft sie anfangs noch eine Schaufel im Werkzeugladen und sieht dann zu, dass man dann ordentlich auch Köder rankriegt. Aber auch dazu wird es natürlich ein Extra-Tutorial geben, wie man am schnellsten da durchkommt. Weiter drunter haben wir dann die Futtermische. Da sehen wir die verschiedenen Möglichkeiten, Futtermischen herzustellen. Man startet auch da natürlich mit den Basisfuttermischen. Auch dazu wird es natürlich ein Tutorial geben. Dies einfach hier erstmal zur Information. Dann hier natürlich noch Kunstköder. Unten dran Vorfächerherstellung und Lebensmittelherstellung. Das war der Bereich des Handwerks und der Berufe. Dann haben wir hier allgemeine Statistiken und Informationen über sämtliche Fische, die bereits mit dem Account gefangen worden sind. Und ihr seht, wie viele Tage bzw. Stunden man zum Beispiel jetzt schon im Game drinne war. Auch hier an der Seite seht ihr, welche Fische ihr gefangen habt und welche Routen oder welche Köder ihr verwendet habt und so weiter und so weiter. Das sind einfach so ein paar Informationen on top. Hier oben dann auch nochmal die Reiter. Man kann hier auf die Trophäen gehen. Man kann Stück für Stück Trophäen abschließen. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt am Moskitosee sämtliche Fische, die hier aufgelistet sind, in Trophäengröße gefangen habt, kriegt ihr eine Auszeichnung am Ende. Dann habt ihr da am Ende den Ehrenfischer für den Moskitosee zum Beispiel freigeschaltet. Das sind einfach so Kleinigkeiten für die Langzeitmotivation im Game. Auch die Qualifikationen. Hier gerade beim Stippfischen habe ich schon die ersten Qualifikationen Stufe 1 komplett durch, weil ich eben schon viel mit der Stippe unterwegs war. Und hier gibt es dann ganz wilde Qualifikationen, wirklich schwierige Aufgaben. Auch das ist etwas, was eher fürs Endgame geeignet ist. Ja, und Errungenschaften sind natürlich auch noch mit drin. Auch das immer ganz nett, dass man hier sämtliche Errungenschaften vielleicht für sich freispielt. Aber auch das sind natürlich nur kleine Spielereien. Ja, kommen wir nochmal zu einem ganz wichtigen Punkt und das sind die Rekorde. Wichtig, warum wichtig? Weil wir ja wissen möchten, mit welchem Köder werden gerade meine Zielfische, die ich gerade habe, mit welchem Köder werden die gerade geangelt. Und dafür gehen wir dann hier oben als erstes auf die wöchentlichen Rekorde. Das ist halt wichtig. Und dann können wir auch nochmal auf Deutschland gehen. Ich lasse das in der Regel schon mittlerweile auf international. Aber damit können wir nochmal ein bisschen spezifischer auf die Rekorde eingehen. Und dann sehen wir natürlich hier alle Gewässer. Das ist natürlich der kleine Nachteil. Wenn du grundsätzlich noch gar keine Ahnung hast oder gar keine Vorstellung hast, mit welchem Köder man zum Beispiel jetzt einen Döbel fängt oder so eine Brasse oder einen Barsch, dann bleibt man natürlich hier einfach auf Windenbach oben stehen. Geht dann hier mal rein und guckt sich das an und sieht hier, okay, Aarland zum Beispiel auf dem Grashüpfer gar nicht so schlecht. Kann man mal testen. Oder hier Güster mit dem Regenwurm. Also das sind so kleine Informationen. Mistwurm, immer wieder ein ganz wichtiger Köder. Und das wollen wir als erstes angeln. Wir wollen sowas wie eine Hasel angeln. Haseln sind immer sensationell. Also dafür brauchen wir Kaster. Und das sind halt so hier diese Informationen. Das sind so die Basics. Und dann kann man immer noch sagen, okay, ich gehe mal auf die wöchentlichen Rekorde. Gucke mir jetzt dann wieder zum Beispiel die Hasel raus. Sehe dann auch wieder, am Windenbach wurde hauptsächlich die Hasel geangelt. Aber wurde diese Woche zum Beispiel auch auf Made gefangen. Das heißt, wenn man zum Beispiel gerade keine Kaster bekommt, nimmt man zum Beispiel einfach mal eine Made und probiert es damit. Ja, dann haben wir hier unten noch ein paar weitere Informationen. Einmal gibt es hier auch noch Wettbewerbe, um diese Uhrzeit gerade eher aus dem asiatischen Bereich. Man kann Wettbewerbe selber erstellen und man kann auch Wettbewerben beitreten. Auch dazu gibt es dann nochmal ein Tutorial-Video. Dann haben wir hier nochmal das Wetter in der Übersicht für den Windenbach. Wie sind die Temperaturen auch in den nächsten Stunden? Jeder Tag ist ja quasi dann eine weitere Stunde. Hier natürlich die Karte, wenn ihr sie gekauft habt. Die Karte kaufen wir an der Verwaltung und zwar jeweils am Gewässer, an dem wir gerade sind. Auch das kennen wir natürlich schon aus dem Tutorial. Das heißt, wir haben hier die Reiseoptionen, die Gewässer, die wir dann später auch, wenn wir höher sind, vom Level bereisen können. Das waren jetzt wahnsinnig viele Informationen zusammengepresst in einem Video. Die nachfolgenden Videos werden ein bisschen knackiger und kürzer. Und immer mehr auf diese eine Frage und auf deine Fragen konzentriert. Von daher gerne den Kanal abonnieren und die Glocke reinhauen, damit du die nächsten Videos nicht verpasst. Wenn dir das Ganze geholfen hat, gerne einen Daumen da lassen. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri. Notags, Mittwochs und Freitags. Untertitelung des ZDF, 2020